Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wenn er Frau Dr. Octbus zum Beispiel, sie, die kommt schon 13 Jahre hier hoch, obwohl sie die Höhe eigentlich überhaupt nicht vertreibt, denn sie ist ja schon bei der 60, eine Herr. Und das wäre nicht fair. Ich besuche sie jetzt wegen ihm schon das fünftige Mal die Anfängerklasse, eine Idiottenhügel. Und dabei hat sie früher noch als Ledig Weltkörperinnen gefahren. Jetzt können sie sich denken, wie wir alle im Hof gewesen sind. Oh, am Tag, oh alles, so ein Lieb, so ein Fetz, in engagierte Kraft für tausend Steine, ganz privat nur für sie, ihr Mann seht drum rein. Ich möchte jetzt verlasche ganz allein, da verstehe ich keine Sprache und mit mir die ganze Klasse. Und dann denken sie, bricht das witzig den Ski und mit dem Ski gerade auch noch das linke Bein. Und alle schreit Hurra, denn wer ist wieder da? Ja, sie schreit, sie schreit, sie schreit, sie schreit. Er bricht dich, mertschte, sie schreit, sie schreit, sie schreit. Sie schreit, sie schreit, sie schreit. Ich komme zum nächsten Jahr durch Fibro an, wiederum mit mir verluft. Und sage heute schon mit verklebtem Blick Und wieder gibt es, du tatschern, komm schon fit Gigi, ciao Gigi, geil Dankst du ein bisschen an mich, dann sehen wir doch Ich denke auch an dich Gigi Ich bin jedenfalls geholfen, bekommst du mal der Unsinn Ich bin jedenfalls geholfen, ich bin jedenfalls geholfen